Und Damen und Herren, herzlich willkommen und hallo zu der Werbe an Let's Play Persona 3 Reload. Ich bin in seinem Zimmer fähig, sehr beim letzten Mal haben wir hier den nächsten großen Schatten bezwungen. Wir konnten den Wagen als auch die Gerechtigkeit hier bezwingen und damit fallen nun hier die nächsten großen Arcanas. Doch wir haben nicht unbedingt so viel Grund zur Freude, denn gleichzeitig haben hier noch eine seltsame Terrorgruppe hier ihr Gesicht nun uns gezeigt, die sich hier uns in den Weg stellen. Diese wollen ja die Dark Auer beschützen und Tartarus weiter aufrechthalten, damit sie ihre Kraft nicht verlieren. Sehr unschön, aber wir kommen uns jetzt erstmal um Mauro und unseren S-Link, den wir beim letzten Mal auch gestartet haben. Das ist gut. Wenn ich das Geld habe, hätte ich etwas für meine Mutter. Oh ja, ich habe es vergessen. Ich habe hier zu essen. Nicht nur hier, aber jeder Restaurant in der Strip-Mall. Sie sind alle unterstützt mich. Ich bin der einzige, der so viel wie ich will, wo ich will. Aber ich fühle mich ziemlich schlecht, wie ich mit ihren Kindheit verabschiede, so... Sometimes, ich paye das Geld, aber irgendwann, ich werde sie zurückgeben, für alles. Aber für heute, ich muss das alles, was ich kann bekommen. Das ist das, was ich muss es großartig machen. Es ist für alle, die mir helfen. Well, ich würde lieben, wenn ich gesagt, dass es nicht so war. Aber ein bisschen Druck kann sein, dass es ein großartiger Motivator ist. Alles, was wichtig ist, ist, wie du es mit ihnen verabschiedst. By the way, wer würde ich sagen, ist dein größtes Rival? Hm? Ja, du kannst dein eigenes Schwerst-Mall sein, aber in der gleichen Zeit, dein größtes Rival. Du hast es. Es gibt wirklich niemanden, die ich mit dem ich competeiere. Die anderen Leute auf meinem Team können nicht mehr mit mir zusammenhalten. Ich denke, was ich für mich ist, ist die reale Herausforderung. Hey, du musst dich denken, um sich auf die Träcke mehr ernsthaft zu machen. Dann können wir uns wirklich auf die anderen. Wir können sogar noch neue Grenzen zusammenarbeiten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, nicht den Genie-Teller, sondern mir das für dich den Komplettmenü. Okay, so kann man auch was lernen. Ehrlich gesagt, hatte ich mir jetzt schon noch gewünscht, dass da noch so ein kleines Nachgespräch kommt. Oh, okay, vielleicht kommt da unser Nachgespräch. Hi, how are you doing? Ich erinnere mich noch ein bisschen mehr. Well, was für diejenigen, die einfach wollen, ihre Suffern zu enden, damit sie sich in der Ruhe sein können? Well, genug von dem jetzt. Es gab noch eine Sache, die ich heute erzähle, wollte ich dir sagen. Okay. Well then, good night. Hello, this is Elizabeth speaking. I'm calling in regard to a recent change in Tartarus. It seems that a path that had been blocked off is now open. I thought it prudent to inform you. Well then, I wish you a safe journey. It's me. I'm sorry to disturb you, but do you have a moment? Good morning. There's actually something I need to tell everyone. But I think it would be best, if you saw it for yourself. So I'd like for all of us to meet in the command room tonight. I'll see you then. Was ist denn das hier? Okay. Liebe Leute, kriege ich hier meine Propheziation? Was hat das mit den Blumen hier mit auf sich? Okay, das wird 100% die Dornige Rose für Jumpe sein. Ich kann das mir nur vorstellen. Okay, aber was der Rest bedeutet hat, keine Ahnung. So, Maiko, wie sieht's aus? So, jo, wir haben Takumin Tartal. Dann reden wir doch mit der Kleinen. Mal können wir, hey, was möchtest du machen? Während wir Zeit miteinander verbringen, spüre ich, wenn meine Bindung zu Maiko sich vertieft. Ich spüre, dass unsere Beziehung bald stärker wird. Okay. Wieder ein bisschen hier Vorarbeit geleistet. Das ist auch immer gut. Das ist auch immer gut. Wir haben eine neue Mission. Ich weiß nicht, aber die Alarm ist nicht ringen. Das ist auch immer gut. Koro-chan! Bop! Are your wounds healed up? Huh? Where'd you get this collar? That collar is designed to help control his persona. Basically, it's an evoker for dogs. Wait, does that mean Koro Maro is going to fight with us? I honestly wasn't expecting this either, but the test results show it's quite possible. In fact, it was actually a request from the chairman. We'll be looking after him here in the dorm. Koro-chan, is this what you want? Bop! He says, I'm returning the favor. Man, you're one loyal dog. Bop! Hey, sounds good to me. I, for one, welcome him with open arms. The more the merrier, right? Who cares if you're a dog? All right, I'll take him for a walk. And it's the perfect time, because it's summer break! Yes, it is. You're afraid to enjoy your vacation, but don't forget about your schoolwork. Summer classes start next week, so don't lose focus just because we have a lot of time off. Summer... wait, what'd you say? Summer classes? Did you not hear about them? We're going to be taking supplemental courses. I've already applied for all of us. I know how difficult it's been to balance both school and our late-night excursions. I'm sure you haven't had much time to study, so I apologize for that. But the chairman agreed it was a good idea as well. I could have sworn I told Takiba and Yamagishi. You serious? First I've heard of it! Oh, um, sorry. I completely forgot to mention it. No way! Hey, you're the one with the worst grades here. Why are you so surprised? Come on! I don't want to hear it. Don't you think? Well, it's only for a few weeks, so let's do our best. So long I'm with my nice Mitsuru together, it's all in Ordnung, or? Also, äh, Koromaru, leg mal los, oder? Oh, du bist so brav, und ich bin aber so der Katzenzyk, tut mir leid. Und, wie ist das jetzt? Okay, ich habe eine Deportive, und es ist jetzt 35, also steht auch WEIT über Junpei. Koromaru-Sans Person beinhaltet eine besondere Eigenschaft. Er scheint, dass könnt ihr unter Einsatz der Rücke zwei verschiedene Kräfte verwenden. Das ist einer seiner größten Vorteile. Wird auf jeden Fall interessant sein, ihn in Aktion zu sehen. So, Danaka, wie sieht es bei dir denn aus? Ja, sieht richtig gut aus bei mir. Gut, gut. Ich bin so ein bisschen so ein Frisch. Das ist das, was ich immer so träumte. Aber ich sage dir die Wahrheit, jetzt habe ich zu viel Geld. Profit sind großartig. Ich bin so busy, ich habe nicht Zeit für einen Yen. Vielleicht sollte ich jemanden trainieren, um meinen Platz zu nehmen. Ich kann ihnen ihnen meine Geschäftsphilosophie und Techniken der Arbeit. Das wäre eine Carbon-Copy von mir. Wahrscheinlich würde ich mir eine fortune kosten. Aber wenn es funktioniert, dann ist es einfach zu leben. Ha 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 ha! Hm. Wie fühlst du dich, um zu werden zu werden? Nur schrecklich. Die Leute bekommen eine lustige Ideen, wenn ich ein Kind so alt wie du. Donate für die Säge der weniger Fortunaten. Huh? Wie kommt das? Wie kommt das? Komm das? Wie kommt das? Wie kommt das jetzt? so theoretisch könnten wir was unternehmen liebe leute aber ihr wisst unser baldiger adoptiv papi dann ein gar nicht ja was zu tun ihm muss dann ja wir kaufen diese dumme ja kommen oder leute wenn es ja spi teams braucht man echt jedes spi team ist wertvoll aber trotzdem es geht eigentlich nur die musik mein papi mein baldiger papi gut und dann okay wenn du mich meldet ist ja interessant das sind wieder diese linkepisoden dann oder bevor wir dann hier zur harten schule müssen also kommen legen wir los hier real shame if you didn't have a single entry in a summer picture die ich kann already see the look on his face he'll be like super cool and you're super nice oh i mean don't you know they say women can't resist a guy with a soft spot kids and you know what that means i'm gonna need your help it's a win-win situation don't you think and you know boy i think my arms are gonna fall off ah yes today shaping up to be a glorious day such a shame that the third years and the ladies won't be joining us um if we're splitting watermelons i'm out what just like that you're not even gonna hear me out you have a watermelon and a bat what else could it possibly be that's more for little kids anyway plus it's really hot out and look i get you're trying to be nice yeah for real without you would just be me and him you know and isn't that just the saddest thing you've ever heard well when you put it that way i guess i don't have a choice i know kuromaru don't you worry boy i didn't forget about you all right what are we waiting for the youngest gets to drop his blood now this is what real summer feels like my blood's pumping something fierce look who's acting like a kid now oh yeah where's the blindfold we can't split watermelons with just a bat speaking of this bat seems kind of worn in doesn't it oh wow you got that that bat and i go way back had it since i was in little league i've never mentioned this before wow must have never had a chance to talk about it that i used to play baseball i mean anyway that's old news now wait then should we really be hitting watermelons with this hmm nah well that's cool don't think i'll be using it much from here on out what's wrong bud dying to chop on some melon come on kuromaru we can't swing at the watermelon with you in the way kuromaru hey why don't we use something other than the bat uh anything i guess just as long as it's interesting interesting kind of a weird request oh like if sonata-san uses bare hands someone say my name whoa sonata-san well when i got back i thought i heard voices coming from the roof so i came to check it out hmm watermelons flitting huh that's right we were just talking about what to use to hit it you're not gonna use that bat my fists on this oh my god yes i'd actually love to see that that's okay right you based on huh uh sure if that's what you want all right guess i better make this good then hey try not to go all out or there won't be any left to eat huh whoa sonata-san you're incredible what the heck how are we supposed to eat it now can't believe that thing was still edible after it exploded like that didn't go exactly how i was expecting but looked like a mod ad man i was acting kind of lame back there huh you know before we busted the melon i'm talking about the whole back you were just trying to be thoughtful i didn't want to come off like i was having second thoughts but i guess i can help it huh i was supposed to be this cool mentor but instead kid ends up hitting me don't worry about me anymore i'll just get even sadder you know i mean i'm not saying it's your fault dude how the hell do i put it this is a me problem it probably doesn't make sense i feel like my life my teenage years it's just all over the place anyway i think we're done for today yeah appreciate you helping me prep and clean up well let's head back downstairs ah good evening i just came by to check in on koromaru do you think he'll do well i suppose that's fair no need to rush you'll have plenty of time to get to know each other if you have any concerns please feel free to let me know anytime it's only fair considering i was the one who requested that koromaru join the squad oh i'm all for koromaru joining us he's totally welcome i'll even throw in training lessons from the master um i'm pretty sure korachan's already more disciplined than you could you even sit still if someone told you to stay hey don't compare me to a dog i'm totally disciplined i can follow directions kinda yeah you really sold us on it anyway so mr chairman uh about those summer classes ah yes i heard about kirijo kun's plan it sounded like a good idea so i went along with it no why would you agree to that oh was i being nosy i'm missing out on my passionate summer romance she's disappearing before my eyes farewell my beautiful city girl awaited me by the shoreline the city or the shores pick one even if you didn't have classes you'd probably just bum around the station all day you should just accept your fate oh by the way mr chairman weren't you about to tell us something before he arrived hmm ah that's right aside from my unnecessary meddling i do have another request for all of you does everyone have a moment i think it's a good time for you all to get a routine health checkup you know where tatsumi memorial hospital is right oh that's where sanada senpai was treated before with how much you've all been fighting lately it'd be best to stay on top of your physical health it wouldn't be good if your personas were causing any strain on your bodies right i expect it shouldn't be too much of a detour to stop by the hospital after your summer classes i understand still this is rather sudden don't worry too much about it like they say a stitch in time saves nine or your side we'll be doing the checkups individually one day at a time you can decide amongst yourselves who goes when don't forget to deck up for your checkup haha just kidding oh maybe bring your evokers in case you need to take any shots yes yes so wir haben wir ich habe miteinander über komaro geredet er braucht seine gasträger unten aber die aufgabe wird er nicht nur eine person übernehmen es wäre schön wenn ihr nachts mit komaro rausgehen könntet wenn er andreutet dass er mal muss und noch mehr arbeit liebe leute ich dachte er ist so intelligent dass er das selber machen kann naja habe ich mich wohl leider getauscht so heißt das ich muss jetzt meinen schönen meinen schönen rumgammeln muss ich jetzt hier abbrechen agigo geht es sparschule funktioniert nach dem gleichen prinzip egal wie stark du bist wenn du dich nicht reinhängst wirst du scheitern in der schule ist das auch so wenn du dich lernst bestehe ist du deine prüfung nicht du das wollte ehrlich warum meine letzten brüder klassen bis hier morgen die machen mich so hart fertig ich muss jetzt erstmal wieder hingehen und futtern das ist das einzige was meinem leben noch Sinn gibt okay ich würde sagen an dieser stelle machen wir jetzt erstmal einen kleinen cut beim nächsten mal werden wir dann hier nochmal futtern und danach geht es ja dann zur sommerschule also eigentlich waren wir gut in der schule aber scheinbar nicht gut genug für Mitsuru auf jeden fall sehen wir uns aber nächstes mal wieder ich sag vielen dank für zuschauen bis dahin ciao